Musik Tauchen im Oritsee, ein anderes mazedonisches Abenteuer. Der Oritsee lockt Taucher nicht nur, weil er einer der tiefsten und ältesten Seen in Europa ist, sondern auch, weil man hier leicht echte archäologische Schätze auf dem Grund finden kann. Auf über eine bis zwei Millionen Jahre schätzt man das Alter des Sees. Hier leben Tierarten, die es nirgends sonst gibt. Für Archäologen wurde der Oritsee interessant, als der Taucher Milutin Sekulowski Relikte einer Bronze-Siedlung unter Wasser fand. Warum viele Touristen hier tauchen wollen? Weil sie die Originalgegenstände aus der prähistorischen Siedlung von vor über 3000 Jahren sehen wollen. Viele wollen unter Wasser Fotos und Videos davon machen. Die Besucher können das rekonstruierte Dorf besichtigen und bei einem Tauchgang Keramik, Scherben, Knochen, Werkzeugreste oder Schmuck auf dem Grund des Sees suchen. Copyright Untertitelung des ZDF, 2021 Vielen Dank.